bevor wir gleich wieder umgenüttet werden wo gehen wir jetzt immer gespannt größere abschätzt zu werden haha das muss ein alter vorpassen der zwerge sein welchen zweck hatte er vielleicht war es ein handels posten ich weiß es genauso wenig wie hier super wow das kann unangenehm werden hey das ist doch nicht schwer was war das denn alter ob sie das eben auch gehört das hat ja fast schon den 8 hühnen oja 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 o Alter. Alles das ist ja ein Riesenteil. Nix da. Ein Haufen Spergel. Das hätte ich erst nicht gedacht. Oh die Eilfellen. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir finden da irgendwann mal das Zeug, was wir zu verstärken mann 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 das geht ja richtig ab denn dann kater notiz über sicherheit vor außenseiter müssen wir sicher genug sein ich befürchte er wir könnten dunkle blut aus den unteren ebenen anlocken wir haben nicht genug leute um sie weiter zurückzudrängen lagert die ware in den oberen ebenen und verbarantiert die brücke ok dunkle blut kann ich das kann ich entdeckt handels posten geschmierte kater notiz ein großteil von walmer bleibt uns verschlossen wer daran etwas ändern möchte soll morgen eine stunde nach mittag hierher kommen darunter wurde mehrere notizen gekritzelt begeudet keine zeit mit der verdammten tür mir ist egal was sich dahinter befindet der mechanismus ist kaputt und wen interessiert wir müssen war ware beschrieben und ihr wollt herausfinden ob er ein uralter zwerg seine gute tegeschirr weggeschossen hat wir haben ohnehin zu wenig leute wenn ich erfahre dass ihr mit einer weiter weiter gruppe in die unterer ebene aufgebrochen seid um zahnräder zu suchen dann werde ich euch das da werde ich oder wer dann werdet euch das leid tun erstens bin ich der absicht dass dieser ort früher ein handels posten war hinter der tür könnte etwas wertvolles sein und was genau wollt ihr tun damit es mir leid tut ihr werdet meine fantasie ich werde meine fantasie bemühen um ein paar messer okay das war nett eine wütende notiz erst listger jetzt brennrohr haben ihn erwischt wie er ware von mir stehen wollte nur ein bisschen für mich hat er gesagt nur dreck er wollte was nebenher verdienen und dachte ich merke es nicht ich lasse mich nicht ausnutzen euer fetter hat gesagt wir könnten brennrohr trauen also kümmert ihr euch darum wenn ich unzufrieden bin solltet ihr solltet ihr es auch sein ok was außer seines äh zwergischer feld ähm nur müssen schreibt holen ok jetzt nur wegen den scheiß notizen hier oder was schlagen ne danke kein interesse wenn wir noch mehr noch mehr von denen hier auftauchen oder was ok da geht es weiter wollen wir noch ein bisschen umgucken weiter ich weiß nicht ob wir diese ort hier gefällt nehm äh was nehm wollen wir es mal sehen der ist nicht gegen die nehmertet naja Was gucken, ob wir nichts übersehen haben. Ah, da ist noch ein bisschen was. Wir haben ja noch fünf Heilträger. Hey. Da war nicht beabsichtigt. Da sind wir noch nicht langgegangen. Die Tür kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Okay, das war die Tür, über die sie gesprochen hatten. Gut zu wissen, wo sie ist. Vielleicht finden wir ja diesen Mechanismus noch. Da kriegen wir am zweiten Stan, der nachher eine Frau war auf den ersten Teil. Auf sowas hätte ich richtig Bock wieder, einen Steingolem bei mir zu haben. Da haben wir ja schon ziemlich alle Rassen. Der Steinkohlem wäre nochmal schönes. So, ich denke mal, bis hierhin können wir voraussichtlich wieder zurück zu unseren Lager und wieder aufladen. Nehmen wir an, wenn wir jetzt weitergehen, da, und was ist das? Okay. Der war gut. Mit den letzten Schüssen knallen sie sich ab. Das war schön. Aha. Solltet ihr jetzt das zeichnen da? Achso, da kommen wir wieder hoch. Ja, gut. Ab in die Tiefen, oder was? Oh! Noch mehr. Ey, ich glaube, die kommen jetzt so unendlich, oder was? Dann gehen wir mal hier rein. Mogen! Na, was läuft? Juhu! Genau! Oh! Scheiße! Scheiße! Na? Nein. Scheiße. Oh oh. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen zu stark. Hehehehe. Scheiße. Diese kleine Drecksratte. Nicht gut. Das müssen wir gleich normal machen. Ja, diese kleinen Drecksviecher, die immer von hinten kommen, ey. Die machen mehr Schaden als sonst was. Da sind wir verschwinden vorher noch mehr dunkle Brut auftaucht. So. Wo ist der? Da ist er. Ne, da war er. Wo ist denn der? Kali? Machen wir einfach die Bogenschützen kalt. Oh, du, du kümmerst dich erstmal um den Fettsack. Ja. Und du, du kümmerst dich auch erstmal um Bogenschütze. So, ich gucke dann erstmal, wo dieser andere, wiese kleine Dreckskerl ist. Da ist er. Da ist er. Nein, ey. So kleine Drecksratte, ey. Na, komm, Angriff hier. Angriff. Angriff. Und ich sauf erstmal was. So, du auch. Und du schluckst auch hier erstmal was rein. Oh. Alter. Scheiß kleine Drecksratte, ey. Alter. Scheiße, der fette. Ja. Ich muss er ja gerne an den Drecksratten. Also wie du. Ja. Scheiße. Los komm 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 komm. Hoch mit dir. Karek komm 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 komm. Komm 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 Ding, ey. Nein, weg da. Hey, was macht ihr denn da? Hat da auch einer von der Dunkelheit reingeschwungen? Ja, kommt weg da. Hey, Leute, jetzt kommt endlich. Wir haben dazu keine Zeit. Die töten wir gleich. Meine Fresse. Denn schon, denn schon. Befehl der Operation am See. Kontrolliert die Operation am See. Sorgt dafür, dass die Leute dort ihre Arbeit machen. Lasst euch keinen Unsinn über wilde Tiere erzählen. Das interessiert mich nicht. Nehmt Liska mit und gibt ihr etwas zu tun. Sie ist angespannt und hat sich über ein Summ oder sowas beschwert. Wenn sie mit der Aufgabe nicht klarkommt, kümmert euch um sie. Ah, super. Hallo. Mal durchlassen. Glaube nicht. Ja, super. Seid ihr endlich fertig? Na, jetzt ist noch mal was. Mal sehen, hat er noch was hinterlassen? Blündern. Blündern. Dann müssen wir sowieso gleich erstmal zurückziehen. Müssen wir erstmal unsere Tränke wieder aufladen. Lesen. Persönliche Notiz in einem Hauptbuch. Es ist zwar rot, aber gut. Da die Templer ihre Wande zur Kirche kappen, sollten wir keine Probleme haben, Räufer zu finden. Es muss allerdings der richtige Käufer sein. Ich will keinem, der auf dumme Gedanken kommt. Wir kontrollieren die Verteilung. Sobald die Fahrt über den Calend-Heat-See sicher ist, sind wir gemachte Leute. Die meisten anderen waren bislang in der Nähe der Oberfläche. Es gibt genügend davon. Aber wenn wir eine tiefere liegende Ader fänden, einen Ursprung, dann wäre das fantastisch. Sobald wir die aktuelle Operation fest im Griff haben, können wir an eine Exposition denken. Zahnrad, zirbische Handrad. So, was haben wir denn hier noch? Handrad wieder einsetzen. Okay. Lesen. Geschäfte der dunklen Stadt. Fragt man die Adligen... Äh. Ja. Das ist ein bisschen mehr. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr. Da ist noch was. Lesen. Bericht über Aktivitäten in den Hinterlacken. Die Soldaten nehmen sich selbst die Inquisition. Sie haben die Flüchtlinge in der Nähe von Redcliffe geholfen, ein bisschen rumzuschnüffelt haben sie auch, aber nicht bei uns. Sie haben jemanden, der weiß, wie man die Risse verschließt. Sie halten sie für eine Art Prophetin. Und, ob ihr glaubt oder nicht. Es ist eine Konari. Die Vorfälle in Haven müssen schlimmer gewesen sein, als wir dachten, wenn sie glauben, dass eine Konari für ihren Gott spricht. Wenigstens ist die Verfolgung einfach. Konari können nicht in den Mengen untertauchen. Wenn die Söldner... Söldner ihre Arbeit machen, bekommen wir keine Probleme. Sie haben unsere Bewegungen beobachtet. Aha. Gut. Gut. Okay. Ah, jetzt müssen wir mal wieder zurück, ne? Hä? Mal ein bisschen aufladen. Die Halle der Ältesten... Äh... Halle der Ältesten... Aha. Interessant. Aha. Schon wieder sowas. Plündern. Wuster Jägerhahnisch ausgezeichnete zwergische Fels... Bla, bla, bla. Plündern. Schild der dunklen Brut. Plündern. Zwergische Handrad. Hm. Aha. Ja, müssen wir gleich mal, naja, noch eine von der dunklen Brut beseitigen. Und dann können wir mal... Oh, da bin ich mal gespannt. Was finden wir dahinter? Okay. Oi, 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 oi. Drillen. Okay. Aha. Es gibt Leute, die leben von dem Krempel, den sie in den tiefen Wegen finden. Aha. Ah, super. Noch mehr Gegner. Alter, dunkle Blut. Ah, Hilfe. Du hast einen von einem Riesenviech an. So, muss ich mal kurz um. Jetzt gibt es einen Schatz oder sowas. Statt noch mehr Kämpfe. Haha. Irgendwie, glaube ich, brauchen wir jetzt ein bisschen. Alter, geh doch mal auf den Weg da. Nö. Brauchen wir mal auf den Weg gehen. Alter. Eui, 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 eui. Der braucht nicht mehr Hilfe, sondern wir auch. Das ist ja was nehmen. Ach, sie ist auch schon wieder tot. Das ist ja was nehmen. Was soll man sagen? Alter. Nein, halte durch! Okay, zurück. Schnell zu Solas. Oh, warum passt die nicht ganz so. Naja, jetzt wissen wir es zumindest. Kein guter Ort. Gut. Gut. Hehehe. Obere Terrasse. Lassen wir mal den Dungeon, dann klären wir mal zurück zu den Lagern. War da noch was? Ich hoffe nicht, ne? Ne. Hä? Verfolgen die mich jetzt? Ich bin schnell zu Fuß. Ah, das ist ja wenigstens etwas. Guck. Kommt, Leute. Wir verpassen uns. Wir müssen jetzt mal wieder unsere Vorräte auffrischen. Bevor wir jetzt grusartig da unten weitermachen. Ui, 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 Ui. Ich bin so schön. inquisition der himmel zorn kallen sehr schön meine güte das war jetzt aber echt hart ja sieh doch wir stark genug sind da unten herumzueiern das muss das für einen späteren zeitpunkt aufhalten aber wir haben zumindest ein bisschen was geschafft aha das sind natürlich mit königlicher elfenwurz und jetzt schlappen wir mal zum haupt lager zurück was sind das naja egal zappt 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 natürlich jetzt mal wieder aufrüsten naja, haben wir nicht noch irgendwas für diese Dings hier fertig? Ah, hier Wandteppich Gegenstand herstellen Belohnung, gemacht, plus eins Juhu So, machen wir bababab Bababab Äh, achso, der hat noch gar nichts Aber machen wir auch mal hier mal Regenerierungstrank Babababab So, das Bababab Bab Ah, dafür noch Dadadad Oh, jetzt müssten eigentlich alle vollständig haben Hä? Achso Noch eine Aufgabe Lasst hören Setzt nicht ins Bild Das könnte uns helfen Aha Gehfähig Beschaffung Hinterlande Super Warten wir das nicht schon? Naja So, meine Freunde Das war's leider schon wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bye 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 Vielen Dank.